Das ist das Armband. 9,25er Silber ist dieser Schmuck. Kommt in so einem kleinen Säckchen hier an. Das ist ganz nett. Wie geht das Ganze hier jetzt aufmachen? Durch. Und jetzt, entweder kriegt man es alleine hin oder man besorgt sich hier. Ein bisschen kriege ich es hin. Einfach. Na komm. So. Haben wir schon. Ja, so sieht das Ganze aus. Geschmackssache. Ich finde das ganz schön, diese Bänder. Hier. Das ist so ein Lebensbaum. Ja, kann jeder mal selber googlen. Wirklich gut. Und auch schön verarbeitet. Die Prägung hier ist echt sauber gemacht. Schön.